Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal sofort und gleich wieder heute den Shop und ja ihr seht jetzt in der Mitte hier so ein Team SOG Siegel und zwar gehören wir beide zum Team SOG, wer hat das gedacht? Jaaaa Ja und ähm ich fang jetzt einfach mal an und Herr Gleich heute den Shop zu bewerten und zwar ist heute der geilste 1500 V-Bucks im Shop Herr Gleich ist dann überlegen was er sich denn kauft Ähm Snowfood Einfach Oder auch in der deutschen Version der Schneefuß Ja Einfach mega geil Dieser Skin ist mega geil und ähm was soll man daran bemängeln? Das ist einfach krank Dieser Skin ist einfach krank Ich geb dem 10 von 10 Ja sieht mega geil aus Ja muss ich definitiv auch sagen und von mir kriegt er auch 10 von 10 Auch das Backpack sieht cool aus Also ich bin wirklich echt am überlegen soll ich oder soll ich nicht? Hm ich weiß es aktuell noch nicht so wirklich Also schauen wir mal Wie viel hast du hingegeben? 10 von 10 auch Inverted Plate 10 von 10 Sieht auch geil aus, mega geile Picke 10 von 10 Auch 10 von 10 Jetzt bin ich Das sieht gar nicht mal so schlecht aus Oh Das sieht sogar wirklich nicht so schlecht aus Ja Also man muss jetzt dazu sagen ich hatte mir dieses Pferd da geholt was ich von vorne mega geil fand Vorhin sah es einfach nur scheiße aus Ich geb dem Wie viel gibst du dem? Ich geb dem 7 von 10 Ich geb dem 8 von 10 Okay Ich bin weil er sieht echt cool aus Ich bin weil er sieht echt cool aus Oh Gott Schlimm 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 Einfach nur schlimm Pfadfinder Ey Das ist schlimm Pfadfinder Ich geb dem skin 2 von 10 4 von 10 Ähm Trees Oh mein Gott Kannst du doch mal ein geiles Item jetzt wieder mal geben? Treesplitter Ernsthaft? Wie viel gibst du? 4 von 10 1 von 10 Oh Gott Erhard Oh Gott Die find ich gar nicht so schlecht Hilfe Ich find die gar nicht so schlecht Alter 4 von 10 Warum? Weil schlimm Ich find die nicht so schlecht Ich geb der sogar 7 von 10 Was denn? In Kürze kommt auch ein Video 6 von 10 Was denn? Klar Leute Im Tag werden wir wahrscheinlich auch einen Discord aufmachen dafür finde ich klar Oder vielleicht sogar ein Teamspeaks oder Gucken wir mal Na? Na gleich Ja 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 Living Large 10 von 10 Anyway Schön smooth Oh yeah Oh yeah Ja Living Large Von mir 8 von 9 von 10 Kanto Hilfe Disney Mode hasse ich Hat vor kurzem meine gemacht nachdem er dich besiegt hat Ja und weißt du die Leute nachdem was er gemacht hat Nachdem er mich getötet hat Er hat diesen Gebot gemacht Und wie er mich getötet hat war er hat mich mit Rocket Launcher hinzu gespampt Quad Launcher und Rocket Launcher Und er fühlt sich dann krank Woll beispielsweise krass Und macht dann diesen Gunshow Und dann schau ich mir so Oh mein Gott du Noob alter Hat vier Kills oder sowas gehabt Kompletter Noob So Also Wieviel gibst du dem? Ich geb dem Gunshow 6 von 10 0 von 10 Okay Wenn ich das heute wie gefallen würde ich mich selber like an So Ich hab vor ein bisschen rein und tschüss